LTS Licht und Leuchten LTS Licht und Leuchten mit seinen 230 Mitarbeitern produziert Leuchten auf hohem technischen Niveau. Das LTS Programm ist breit gefächert und deckt nahezu alle Bereiche ab. Von der Shop-Beleuchtung bis hin zu Industriebehörden, Verwaltungsbeleuchtung und selbstverständlich auch für den Heimbedarf. LTS entwickelt für Kunden spezifische Leuchten, die individuell auf Kundenwünsche angepasst werden. Durch die hohe Fertigungstiefe und eine ausgeklügelte Logistik bieten wir unseren Kunden einen hohen Service an Lieferbereitschaft. Reflektoren in PRI-Technik entwickelt und gefertigt sind einzigartig auf dem Markt und sind wesentlich wirtschaftlicher als herkömmliche Reflektoren. Dazu tragen wir in einem hohen Maße am verminderten CO2-Ausstoß bei, bei besserem Licht. Die LTS Mannschaft, ob im Innen- oder Außendienst, ist für ihre Wünsche jederzeit ansprechbar. Unsere Preise sind fair kalkuliert und absolut wettbewerbsfähig. Die LTS Mannschaft, ob im Innen- oder Außendienst, ist für ihre Wünsche jederzeit ansprechbar. LTS, die Marke für Licht.